Bildung gehört sicherlich so zu den am stärksten umkämpften Begriffen, auch über die Geschichte hinweg. Auch heutzutage haben natürlich viele Leute viele Ideen, was an den Schulen verbessert werden kann, ob man alles digitalisieren sollte, mehr Gruppen arbeiten oder den Frontalunterricht abschaffen oder aber sogar die Noten abschaffen oder ähnliches. Aber die Frage ist, gibt es heutzutage auch eine wirkliche umfassende Philosophie der Bildung? Etwas, das viele Leute überzeugen könnte? Darum soll es in diesem Video gehen. Willkommen bei Cosmo Kaleo, mein Name ist Adrian, viel Spaß dabei. Ja, wie gesagt, der Begriff der Bildung ist schon früh stark umkämpft gewesen. Dennoch ist er ein extrem wichtiger Begriff in unserer Tradition. Ohne den gäbe es sicherlich auch keine Schulen, wenn wir so eine Idee von einer allgemeinen Bildung auch nicht hätten. In der Antike gibt es halt eben die Paideia, also diese Bildung dann des Einzelnen hin, um in einer Gesellschaft oder in einer Gemeinschaft tüchtig zu werden. Das ist auch eine Privatangelegenheit. Bei Humea kommt der Begriff schon vor. Dort ist es dann einfach die Fähigkeit, vor dem Rat zu sprechen und auch zu kämpfen, aber auch irgendwie die Leier zu spielen und so ein bisschen künstlerisch, musisch aktiv zu sein. Das wird dann bei den Sophisten übernommen. Da werden dann die Leute hauptsächlich eben darin gelehrt, vor Publikum zu reden, Leute zu überzeugen. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept und auch eine ganz wichtige Praxis natürlich für die athenische Demokratie und auch andere. Sokrates zum Beispiel ist da sehr viel einflussreicher als es Platon war. Und das wird dann natürlich später abgelöst durch das Christentum, durch diese Einflüsse, die sagen, dass man eben, dass eben Jesus eigentlich der Erzieher sei und dass diese religiöse Bildung auch das Primäre sei, obwohl es da eben so eine Art klassische Bildung in der Oberschicht, also das heißt, dass das Wissen, das Kennen der Alten um deren Werke, so eine Art von Kanon und so weiter, dass sowas tatsächlich noch relativ lange bestehen bleibt, bis ins 6. Jahrhundert und erst dann so ganz und gar sozusagen abgelöst wird für einige Zeit. Diese, ja, Klosterschulen und Domschulen haben dann ihren eigenen Kanon sozusagen, ihren natürlich sehr stark religiös gefärbten Kanon. Da ist also die Bibel dann das Primäre, worauf man sich bezieht und was man wissen sollte. Erst so in der Scholastik beginnt man dann auch, ja, sozusagen, mit diesem Kirchenrecht. Da bilden sich dann natürlich auch so die Disziplinen der Theologie, also systematische, praktische Theologie heraus. Alles das, was für uns heute und später noch relevant ist, inklusive Kirchenrecht, Bibel-Exeges und so weiter. Aber dass es einen wirklich ganz anderen Einfluss gibt, der auch für unsere Vorstellung von Bildung doch wirklich relevant ist, das ist sicherlich doch die Mystik. Dort ist bei, ja, vor allem in der rheinischen Mystik, bei Meister Eckhardt und anderen, die Bildung, ja, sehr stark gekoppelt an diese Imagodee-Lehre, also dass wir im Grunde nach dem Vorbild oder nach dem, ja, als ein Abbild Gottes geschaffen worden sind und dass diese Göttlichkeit in uns auch noch wohnt, so wie sich das Augustinus auch vorgestellt hat und dass dieser innere Jesus sozusagen auch für uns selbst eine Art, ja, inneres Vorbild sein kann. Nur mit dem Unterschied, dass wir uns nicht selbst dahin bilden und einfach ein Jesus werden können, sondern dass dieses Licht des inneren Menschen etwas ist, zu dem uns Gott dann hin bildet. Also wir bilden uns nicht, sondern Gott bildet den Menschen. Und diese Konstellation von, da gibt es so eine Art von innerer Menschlichkeit, innerer Göttlichkeit eigentlich und das ist so ein eingeprägtes Bild. Das ist dann etwas, das sehr viel später den Humanismus in anderer Weise prägen wird, nämlich da ist dann dieses innere Bild nicht mehr die innere Göttlichkeit, sondern es ist dann der innere Mensch, die Menschlichkeit letztlich. Wir sollen uns alle hin zu diesem inneren, allgemeinen Menschen hin bilden und da dann natürlich auch aktiver. Das bedeutet, es ist nicht mehr eine höhere, transzendente Entität, die dann dafür sorgt, dass wir gebildet werden eben, also eine ganz starke Passivität, die darin ja auch liegt, sondern wir sind das eben selbst, die das Ganze in die Hand nehmen. Dazwischen kommt natürlich die Renaissance, wo alte Texte wiederentdeckt werden, wo es auch wieder so ein Aufleben von klassischen kanonischen Schriften gibt, aber das ist natürlich eine ganz spezielle Oberschicht auch, die das eine ganze Weile erst kultiviert, bis das dann auch als eine allgemeine Forderung bis hinein in die französische Revolution, dass die Leute auch lesen können, dass sie an dem allgemeinen Wohl aktiv teilhaben können und dass es eine aktive Forderung wird. Und das ist dann auch schon die Zeit, wo diese programmatische Wende eintritt, wo Wilhelm von Humboldt als eine prägende Gestalt auch mitwirkt, um diese Bildung letztlich zu institutionalisieren, um jedem zu ermöglichen auch und jeder auch zu ermöglichen, dann später an den Kulturgütern teilzuhaben, aber da eben unter dieser größeren Vorstellung von allgemeiner Menschlichkeit. Das bedeutet, dass erst diese eigene Individualität gefördert werden soll, eine Persönlichkeit gefördert werden soll und es erst dann in einem zweiten sekundären Abschnitt darum geht, oder sekundären Aspekt darum geht, auch fit für die Gesellschaft zu werden und dort tauglich zu werden. Und so kommt es dann eben auch dazu, dass man diese alten Sprachen lernt, das Latein und das Griechische, dass man mit den alten Texten konfrontiert wird, auch mit diesen untergegangenen Weltbildern natürlich, die dann auch prägend werden tatsächlich für ein paar Generationen. Und die natürlich auf der anderen Seite aber auch die Schule zu einer Pflicht machen, also dass da jeder hingehen muss, dass es da bestimmte Abschlüsse gibt, die man zu erreichen hat oder die auch was Bestimmtes bedeuten und dann auch auf den späteren Status in der Gesellschaft sich auswirken. Das ist also mit auch der Grund, warum dann die Schüler und Schülerinnen das als eine aufoktroyierte Pflicht wahrnehmen, dass sie also in die Schule gehen müssen und dann auch Sachen lernen müssen, die für sie vollkommen fremd sind. Insbesondere in Deutschland hat das Bildungskonzept auch noch ein anderes Problem. Es ist ziemlich in Verruf geraten, letztlich durch die Nazizeit bei uns. Das heißt, eine Zeit, in der sich hätte diese humanistische Bildung auch irgendwie bewahrheiten und bewähren sollen als eine größere, stärkere Menschlichkeit. Man hat gesehen, dass dieses ganze Gelehrtenwissen aus der Vergangenheit gar nichts gebracht hat, sondern dass diese ganzen Intellektuellen der Reihe nach einfach auf die braune Seite gefallen sind. Und dadurch hat man natürlich auch ein bisschen den Glauben daran verloren, dass es mit so einer Art von Bildung auch eine Höherentwicklung der Zivilisation geben würde, wo die Leute einfach moralisch auch menschlicher werden und für solche Sachen weniger anfällig. So sieht man also zahlreiche Einflüsse, die aus der Geschichte in diesen Begriff und auch in unsere Praxis heutzutage mit hineinwirken. Die Frage ist, oder war ja auch, gibt das eigentlich eine Philosophie der Bildung heutzutage? Wie steht es denn um die Bildung? Insgesamt kann man da ein größeres Konzept wahrnehmen. Man kann auf jeden Fall wahrnehmen, dass es im Allgemeinen ganz unterschiedliche Anforderungen und auch Ideen davon gibt, was denn Bildung nun sein sollte. Also es gibt sicherlich etwas, das vor allem nach dieser Schrift von C.P. Snow, die zwei Kulturen, wo es also darum ging, es gibt so eine Art technisches Wissen und dann gibt es dieses alte humanistische Wissen, das eigentlich niemand so richtig was bringt und das aber bei uns an den Schulen immer noch gelehrt wird. Und man sollte eben versuchen, dieses Technische den Leuten noch beizubringen, damit wir dann eben eine Nation von Ingenieuren werden können, die tatsächlich auch taugliche Sachen in der Welt herstellt, die den Menschen tatsächlich auch helfen können und so weiter. Also diese Idee, das ist aber in vielen Menschenköpfen doch sehr stark drinnen, dass die Schule einen tauglich machen sollte für das Leben. Also tauglich machen in dem Sinne, dass wir dann eben gut lernen, in der Wirtschaft klarzukommen, mit den anderen Menschen klarzukommen, vielleicht sogar ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung planen zu können, dass wir unsere Zeit managen können, dass wir lernen, wie man lernt und lauter solche Sachen. Also alles, was irgendwie für diese schon bestehende Realität so bereit macht, dass wir da so sozialisiert werden, dass wir da gut reinpassen, dass wir den Anforderungen genügen. In diese Richtung ging dann natürlich auch, dass man den Unterricht möglichst digitalisiert, dass die Leute eben schon von früh an dran gewöhnt werden, soweit das tatsächlich notwendig ist für sie, mit elektronischen Geräten zurechtzukommen und dann da auch eben meinetwegen etwas Kreatives, etwas Produktives zu erreichen. Auf der anderen Seite aber diejenigen Stimmen, die, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz wissen, doch geprägt sind von dieser althumanistischen Idee, dass es in der Schule auch darum gehen sollte, oder vor allem auch darum gehen sollte, den Menschen einen Zugang zu der Interpretation ihrer Existenz zu geben und auch zu einer weiteren Interpretation, einem Verständnis dieser Welt. Ein umfangreiches Wissen, sodass die Leute auch nicht den Eindruck haben, dass sie da mit einer Welt konfrontiert sind, von der sie eigentlich gar keine Ahnung haben und auch mit einer Existenz, einem Leben konfrontiert sind, für der sie gar keine Interpretationsschlüssel zur Verfügung haben, sondern dass sie da eben ein reiches Material haben, um sich selbst zu bestimmen, um mit den anderen auch über diese Existenz kommunizieren zu können, um da eben so gemeinsame Metaphern und Symbole zu haben und dann eben auch die großen Kulturgüter der Vergangenheit genießen zu können, wenn man das so möchte, oder aber auf jeden Fall von ihnen lernen zu können und sich da auch wiederzufinden, das heißt nicht in seiner eigenen Einsamkeit verharren zu müssen. Und damit kommen wir dann auch zu der Antwort auf die angangsgestellte Frage, Gibt es denn heute eine umfangreiche Philosophie der Bildung? Ist sowas möglich? Naja, möglich mag es schon sein, aber einen geben tut es in diesem Sinne nicht, denn die hätte natürlich auch zur Voraussetzung oder zur Anforderung, dass sie diese beiden unterschiedlichen Seiten miteinander vereinen könnte und zwar auf Grundlage einer ganz neuen, fundamentalen Vorstellung, von dem vielleicht auch was der Mensch ist oder was seine Bestimmung ist, diese beiden Sachen aufnehmen, vielleicht noch etwas anderes aufnehmen und eben auf einer neuen Grundlage in etwas ganz anderes zu überführen. Es gibt zwar Schriften zum Beispiel von Peter Biri, wie wäre es gebildet zu sein, aber das sind einfach Ideale, die einfach aufgestellt werden, das machen andere Leute natürlich auch, aber sie entbehren eigentlich das, was in der Philosophie ganz wichtig ist, dass es da so eine gemeinsame wirklich Basis gibt, auf die sich das alles beruft und die dann eben auch die Leute überzeugen kann, die erstmal anderer Meinung sind oder die vielleicht auch ganz andere Vorstellungen haben, wie zum Beispiel eben sehr viel realistischere Sozialisationsvorstellungen, also andere Vorstellungen, wie dass man die jungen Menschen möglichst schnell sozialisieren sollte, daran gewöhnen sollte, an diese Realität und einfach mit diesen Anforderungen, die halt meistens an sie gestellt werden, auch am besten klar zu kommen. Ja, mich würde zu dem Thema sicherlich auch eure Meinung interessieren. Was denkt ihr denn, gibt es die Chance heute für eine neue Philosophie der Bildung, etwas, das ganz viele Leute überzeugen kann, das auf einem neuen Fundament ruht oder sollte man doch mit diesen bisherigen, sozusagen mit einer der beiden bisherigen Alternativen klarkommen, also die Kinder und Jugendlichen einfach fit machen für die Welt, wie sie halt eben ist oder aber mit einem höheren Anspruch, mit irgendwie, was man ihnen mitgeben kann und auch, was man ihnen eröffnen kann von unserem Wissen und dem gesammelten Erfahrungsschatz aus der Vergangenheit. Ja, also könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, das lese ich mir sehr gerne durch und falls es da etwas Interessantes gibt, antworte ich auch gerne darauf. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ansonsten sehen wir uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao.